Es gibt keine schönere Stadt als München. Ach, Hatzlschwaff! Servus, grüß euch, ich bin der Matthias Kellner und ich grüße ganz herzlich das Magazin 4. Das müssten mehr sein hier in München. Scheiße, nix, da bett er nix. Im vierten Magazin. Magazin Nummer 4. Was war das leckerste Essen in Nürnberg? Die Bratwurst. Danke! Bitte!